einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing und Ankündigungsvideo ihr hört meine Tochter ist auch da ich habe hier was bekommen also das werdet ihr auch irgendwo hier wird Werbung stehen das ist eine Kooperation mit wo kann man es besser lesen da Vital Body Plus das ist welcher Kuh ist das Hasi die Premium Premium meine Frau hat das gekauft gehabt und habe mir Videos dazu angeguckt und auf der Webseite ein bisschen rumgeschaut und so und habe gedacht das ist ja geil wenn ein Frauchen das macht weil ich habe alleine keinen Anreiz wäre vielleicht für mich die Möglichkeit da auch mal mitzuziehen ähm der Preis ist natürlich ist eine 21 Monate äh 21 Wochen Tage Kur da ist der Preis natürlich für das was drin ist okay aber sonst trotzdem ziemlich heftig und da war Frau es ja schon gekauft haben habe ich dann gefragt ob sie mit mir eine Kooperation eingehen würden wo dann halt gesagt wurde ja also die haben sich meinen Kanal angeguckt und haben sie gesagt ja und deswegen wurde mir das gratis zur Verfügung gestellt und meine Frau hat das auch aber halt mit anderen Produkten drinnen das werde ich euch aber auch gleich erklären das ist eine Stoffwechselkur ich habe immer ich habe mich immer versprochen ich habe gesagt Stoffwechsel Diät das ist falsch das ist keine Diät das ist eine Stoffwechselkur ich habe halt einen sehr ungesunden Lebenswandel mir angeeignet und erstmal ist es für mich alleine schwer runter zu kommen da ist sie zu zweit besser und nach der Schwangerschaft will Frauchen da hoch und so oh ich habe verkehrt herum aufgemacht und da haben wir das schon endlich zum Wunschgewicht vitalbodyplus.de den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und hier da noch mal Medwitch so und das wollen wir jetzt mal auspacken und gucken was da alles schöne drin ist wie gesagt ihr haben ich hole euch mal so ein bisschen rum die haben mehrere Pakete das einfache wie wisst du noch den Namen hat sie Mini Mini Premium Premium und Ultimate und Ultimate wa? Ne diese Acht Wochen Kuh Acht Wochen Kuh war das genau wir haben vier Wochen also drei verschiedene gibt es ich packe euch den Shop auch noch unten drunter meine Frau hat es bei Amazon gekauft wenn ihr jetzt kauft bekommt ihr auch noch mal so ein Shake gratis dazu also sie hat was hast du gekriegt Pfirsich Maracuja war bei ihr mit bei und die haben halt nicht nur das die haben auch Proteinpulver und Beef Jerky und Müsli Riegel alles was man so dazwischen essen kann haben sie halt auch so aber jetzt kommen wir jetzt mal zum Unboxing also bei mir war jetzt kein dritter Shake bei schade aber ich habe es ja auch nicht gekauft da hast du vollkommen recht mein Engelchen so und ich fange dann mal an wir haben dann hier einmal MS Pro MSM MSM Pro nicht MSN sondern MSM Pro haben wir einmal das ist für was ist ein MSM Hasi? das ist der Schwefel ah das ist der Schwefel gut das ist Schwefel das ist für den Körper wegen Zusatzstoffen und sowas alles Omega Plus bist du mit bei? für was ist Omega Plus Hasi? das Fischöl das Fischöl? ja ach da habe ich ein Video gesehen früher war das nicht mit bei und da haben sie geschrieben da soll man halt viel Fisch essen also tagsüber und da hatte ich jetzt ein Video gesehen von Vital Body Plus auf der Webseite dass das jetzt nicht mehr nötig ist dafür ist das halt mit bei Grape Plus C das sind einfach Vitamine denk ich mal da ist eine Frucht drauf so dann haben wir Vital Body Plus Redux Reduxol das ist der Appetitzügler Reduxol meine Frau hat sich das schon durchgelesen ich alles noch nicht das ist alles hier auch noch eine Anleitung mit bei ich habe es ja bei meiner Frau gesehen ach guck mal hier ein Kugelschreiber vom Vital Body Plus da und hier steht es auch drauf aber das könnt ihr schlecht sehen denke ich mal da und da an dem werde ich nicht lange Freude haben der geht zu meiner Mutter meine Mutter sammelt nämlich Kugelschreiber so dann haben wir hier noch so eine Schachtel die kann man dann hier aufmachen so und da kann man dann seine Tabletten rein machen also 1, 2, 3, 4, 5 Kammern hat man und das ist dann das ist ein bisschen stylisch gemacht das ist halt nicht so ganz gerade ich habe im ersten Moment gedacht Mensch das ist aber ganz schön verzogen nein das ist nicht verzogen das soll so sein aber da steht auch kein Name dran da müsste man gucken haben die alle verschiedene Farben oder so so dann haben wir halt das mit bei dann ein Maßband das sollte bei mir auch umpassen das ist 1,50 und dann kann man dann halt so seinen Umfang messen und man kann das denn hier oben so rein machen das rastet auch ein so ich zeige euch das mal mit Magneten das ist das glaube ich zack und dann kann man halt sagen Mensch hier ach so falsche Knopfe drückt so und ich habe jetzt hier 20 cm Unterarm also das kann man nennen das ist aber halt nicht nur für Unterarm also für Oberarm und dass man halt und Bauch rum und Oberschenkel dass man weiß wie viel man abgenommen hat da werde ich dann wie gesagt Tagebuchvideos werde ich machen ähm wir werden Montag anfangen der wieviel ist Montag? der 22. der 22. da werden wir anfangen offiziell ähm vorher werden wir Fotos machen meine Fotos werde ich veröffentlichen die von meiner Frau natürlich nicht ähm ich werde auch am Anfang der Diät dann sagen wie viel Gewicht ich genau danke Entschuldigung Kuh werde ich auch sagen wie viel Gewicht ich jetzt drauf habe und am Ende natürlich auch sagen wie viel ich dann habe so dann haben wir hier einen Shaker der sieht geil aus im Video hatten sie damals noch weiße die nicht transparent waren äh und da stand Vital Body Plus ähm ich finde den eigentlich optisch viel schicker als den weißen den kann man dann hier abschrauben und da haben wir dann hier so ein so ein Ding mit bei das ist dann halt macht man Wasser rin dann das Pulver da kommen wir gleich dazu dann kommt das Netz heißt das wirklich Netz ich dachte Gitter okay und dann schraubst du das hier rauf so und dann kannst du durchschicken und durch das Gitter Netz sind dann keine Klumpen und dann kann man das trinken ähm wir haben hier oben einen Schraubverschluss also braucht ihr keine Angst haben ich habe nämlich schon mal so einen Shaker aber nicht vom Vital Body Plus einen anderen Shaker und da wollte ich was shaken und auf einmal geht das hier oben ab und alles in der Küche verteilt braucht ihr hier keine Angst haben hier ist ein Schraubverschluss also da ist fest ist fest so dann haben wir mit bei ähm den Daily Shake einmal habe ich hier Cookie Don't Duff Cookie Duff also sieht man das ich habe meine Lesebrille nämlich nie auf das sind Cookies habe ich mir gewünscht und Double Chocolate da hat meine Frau schon gesagt die hat nämlich so etwas Frucht gett ah hätte ich doch vielleicht und die hat einen Cookie hat sie auch und was hast du noch Vanille und hat sie gesagt ich hätte vielleicht doch mal Schoko nehmen sollen aber ich koste mal ihr Vanille sie darf dann mal meinen Schoko kosten so dann packe ich das mal kurz wieder ein und dann kommt nämlich noch was ja also das ist jetzt keine x-beliebe Verpackung wo man wo man hier einfach rindonnert und fertig ist ja ich zeige euch das gleich nochmal von oben na den Kugelschreiber kriege ich jetzt hier nicht mehr wieder rein na egal den lege ich hier einfach oben rauf so und so und dann haben wir dann hier noch so ein Heft auch das Heft ist sehr schön gemacht die haben auch eine Facebook-Gruppe also jeder der Vital Body Plus kauft kann in diese Facebook-Gruppe reinkommen da muss man seine E-Mail-Adresse angeben einen Passwort äh seinen richtigen Namen muss man angeben oh ich schwitze schon wieder wie ein Schwein hier ist schon wieder richtig schweinemäßig warm und das hat nichts mit meinem Gewicht zu tun ähm Name E-Mail äh Kaufbeleg oder so oder Rechnungsnummer muss man mit angeben und dann kann man sagt man ja möchte beitreten und dann wird das überprüft und dann kann man mit beitreten ich hab da schon äh mich angemeldet und bin auch schon rin da sind stehen Rezepte drin da tauschen sich die Leute aus äh vorher nachher Bilder sind ein paar drin die hab ich dir geschickt ähm die Ene hat auch ein geiles Rezept gehabt das muss ich meiner Frau nämlich ohne zeigen das nach der Stabi Phase ich denke mal die meint nach der Stabilisations Phase ähm Kartoffeln Zucchini und ein bisschen gehacktes und das sah sehr lecker aus muss ich sagen so ich richte euch mal nach unten dass ihr das dann vielleicht ein bisschen besser sehen könnt wir haben dann hier oh hier hinten drin schön grün aber es zeigt den Plan nicht den Plan welcher ist denn der Plan ich hab auch einen Gutscheincode für 10 Euro Rabatt na der werden wir bestimmt noch mal was einkaufen sonst können die Leute sich das abkopieren achso achso das hier wa alles nicht zeigen alles nicht zeigen okay aber hier so kurze Phase 1 Phase 2 naja das kann ich euch jetzt stimmt das kann ich euch leider nicht zeigen weil sonst kann man das ja kopieren ja sonst braucht es dann keiner mehr kaufen ja aber hier stehen halt auch leckere Rezepte drin ich mach mal kurzzeitig so ein bisschen da ab nach dem paar Seiten Rezepte ähm dann auch hier mit dem Vita Shake äh Day Shake dann Phase 3 Phase 4 äh das ist zu welchen Tageszeiten also wie viel man essen soll wie viel man essen soll was man hier ist auch eine Liste drin was man essen darf und was man nicht essen darf also ich sag euch die Lebensmittel was man nicht essen darf überwiegen die Lebensmittel die man essen darf aber ich möchte halt auch nicht dass das kopiert wird da hat meine Frau komplett recht ich weiß nicht ja ich weiß auch nicht sicher ist sicher das habe dann nämlich eine komplette Anleitung mit bei ich werde euch das nochmal so zeigen wie das hier drin ist ich hoffe das hier geht jetzt hin ohne dass viel rausfällt so sieht das aus das sieht also die ganze die ganze Aufmachung ist halt sehr schön also da drunter ist jetzt nix hier war der Kudi drin ja der liegt jetzt hier hier haben wir die Shakes den Shaker hier ist die Anleitung mit äh mit äh Kalender allem drum und dran der den Maßband für die Pillendosen also für die ganzen Pillen hier ähm Appetitzügler und Fischöl und was hier alles mit bei ist und selbst das sieht halt sehr schön aus also ich finde da haben sie sich was einfallen lassen weil es halt äh nicht so gerade ist das ist halt ein Hingucker so und auch hier wenn wir jetzt hier gucken sei die beste Version von dir wir wünschen dir viel Erfolg dein Vita Body Plus Team das ist cool ihr kriegt auch ihr kriegt auch einen persönlichen Ansprechpartner also wenn ihr da seid ihr könnt wenn ihr das kauft ähm steht auch alles in der Anleitung das habe ich ja schon von meiner Frau gelesen ähm ihr könnt da jederzeit anrufen und Fragen stellen ähm wie kann ich das machen ist das besser ist das äh ist das gut ist das schlecht ähm die stehen euch wirklich komplett mit Rat und Tat zur Seite was ich sehr geil finde ähm ich muss da selber noch anrufen weil ich habe ja auch eine Ansprechpartnerin die werde ich nochmal anrufen die Tage am Montag am besten weil ich habe noch von einer anderen Firma was äh das nennt sich ähm Best Body das habe ich ja schon ab und zu mal in meinen Unboxings äh also in meinen Odin-Washoppen gezeigt das ist ein Sirup für Wasser oder kann man auch in Joghurt reinmachen also Naturjoghurt oder so das nimmt auch Bodybuilder und sowas alles um dass der Joghurt halt nicht nur nach puren Joghurt schmeckt sondern Granatapfel oder was weiß ich ähm das ist auch äh low carb und alle drum und dran in dem Heft steht auch drin man soll nicht Wasser mit äh Kohlensäure trinken wir müssen drei Liter am Tag trinken also zwei Flaschen wir haben gestern haben wir sechs Sixer geholt ne sechs ja sechs Sixer haben wir geholt für jeden drei Sixer dass wir die nächsten Tage dass wir ein paar Tage hinkommen ähm und man soll halt nicht mit mit Sprudel trinken und meine Frau trinkt eher Klassik ich Medium jetzt müssen wir beide in den sauren Apfel beißen und äh äh ja ohne Kohlensäure trinken und da will ich mal fragen wie das aussieht weil nur Wasser ich weiß nicht ob das möglich ob man das darf oder ob das kontraproduktiv ist für die Diät äh Kuh Entschuldigung ich will immer Diät sagen äh aber da stehen sie ja mit Rat und Tat zur Seite da bin ich mal ganz gespannt wenn es nicht so ist dann ist halt nicht so und ich bin nur gespannt ob ich es schaffe weil ich bin echt ein ganz ganz schlechter Esser also von Lebensmitteln her äh meine Frau meckert immer mit mir äh weil ich so weil es so viel Zeug gibt was ich nicht esse und ganz wenig gibt was ich esse und das was ich gerne äh was ich esse ist ungesund und ähm deswegen hoffe ich jetzt mit der Kuh die ist auf Eiweiß und Gemüse ausgelegt die ist auf Eiweiß und Gemüse ausgelegt sagt meine Frau gerade und wir hatten nämlich letztens bevor meine Frau das bestellt hatte und ich auch die Anfrage gestellt hatte haben wir nämlich ein Video geguckt über YouTube und da haben sie erklärt wie das funktioniert ich packe mal das Video packe ich euch mal unten runter wenn ich das noch finde ähm da geht es um Darmbakterien und das sind halt äh und danach geht was man isst umso mehr verbreiten sich die oder die und ähm die machen dann Heißhunger und jetzt hoffen wir beide auch dass mit dieser Ernährungsumstellung weil ich muss eine Ernährungsumstellung machen ich kann so nicht weiter das geht nicht ähm aber alleine schaffe ich es halt nicht dass wir damit jetzt schaffen also beziehungsweise ich meine Frau die ist fast alles da habe ich keine Probleme die hat keine Probleme dass ich es damit schaffe praktisch meine Ernährung so umzustellen dass mir auch andere Sachen schmecken und in erster Linie halt auch dass ich von den Kalorien runterkomme also von den Kilo runterkomme also das werdet ihr ja dann alles im Tagebuch sehen ich werde die die Playliste vom Tagebuchweg auch unten drunter verlinken oder vielleicht eine Infobox packen da könnt ihr dann rin gucken da kommt dann einmal eine Woche werde ich dann wahrscheinlich ein Video machen so wie es aussieht doch immer so ein Wochenende werde ich ein Video machen und äh meine Erfolge euch berichten wie viel ich abgenommen habe und wie es läuft und es gibt ja auch Tage wo man gar nicht abnimmt das wird auch vorkommen und äh wie es alles mir dabei geht mit dieser Stoffwechselkur so nichtsdestotrotz hoffe ich dass es euch gefallen hat Link dazu packe ich euch zur Webseite in die Videobeschreibung ich packe euch den Amazon Link packe ich euch in die Web in die Videobeschreibung ähm und alles andere einfach unten mal aufklicken dann öffnet sich die Videobeschreibung was steht denn ganz viel drin wie ihr sagt ist eine Kooperation mir wurde das netterweise von Vital Body Plus zur Verfügung gestellt dafür sage ich erstmal noch nochmal ganz herzlich Dankeschön dafür und ihr könnt mich dann verfolgen wie es damit weiter geht ich bin dann mal weg haut da rein Ahoi sagt euer Odin 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 Odin